So, guten Tag fahren wir mal weiter. Und zwar die Linie 109. 109, 0, 0, 5 oder? Ne, 6. Ne, 8. Wenn 9 das ist, ne, dann ist es 10. 11, 12, hä? 2 ist es nicht, 3 nicht, 4 nicht, 5 nicht, 6 nicht, 7 nicht, 8 nicht, 9 nicht. 1 nicht, 10 nicht, 11 nicht, 12. Linie sind noch richtig, gell? 17, 18, 19, 20. Götz des. Dann machen wir es halt anders. Gucken wir mal, was als der Chance für ein Fazil ist. 644, dann machen wir 100, 9, 0, 0. Dann machen wir 3. Ne, machen wir nicht. Dann machen wir 2. Ne, ja, nicht. Dann machen wir 4. Und dann noch die 600. 644, zack. So. Tun wir ein paar mit der Vorspulen. So, 44, das langt. Dann fahren wir langsam los. Machst du jetzt die Scheibe wieder an, Kollege. Dann machen wir das nicht. So nett. So. Jedenfalls im DB Museum, am Simulator, sind all das ZUSI besser ist. An der Meinung bin ich, das was ich erzählen wollte, und zwar ist hier für die ZUSI, der 648. Wenn wir jetzt mit HD-Führerstand ein neues Sound erschienen, ein neuer Pfeifen, dann können wir vielleicht die fiktive S-Bahn da auf Urteilbahn fahren. Oder haben wir Bad St. Peter Ordingens. Das sieht man dann. Aber da Pfeifen war immer so eine Bad St. Peter Ordingens. Jetzt darf man nicht zu laut sein. Schon nichts zu verraten. Sonst wird nämlich rot. Vor allem nicht, nämlich schon rot. So weit ging es ab. Und das muss alles für immer grün dieses Jahr sein. Das Tor sogar grün ist. Ciao. Ich halte nicht an, wie ich sagte. Ich halte nicht an. 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 Hallo, ich halte nicht an. ! Ich halte nicht an. Herr Sebastian! Komm! cham! Herr Samantha! Mann! Die Drock! Getomet displaysか! Stefan! Er JW Äh, weiter. Also wenn ihr mal den steigt, dann meine ich natürlich schon andere. Gibt's A, grün. Andere ist rot. Ah, da ist es jetzt knapp. Das war in der Angele, oder? Schlafen. Noch wohl. Und jetzt wird er grün. Ah, das ist knapp, da ist jetzt gerade eh wie echt rot war. Okay. Wo sind wir deutschen Norddampter? Nee. Frontenay. Stattrundfahrt. Stattrundfahrt. Zu sagen. Wenn jetzt rot wäre der Edwes. Passt. Ui. Schöne, ich denke, dass der mit will. Ach, jetzt ist es wieder rot. Das gibt's doch nicht. Und jetzt. Danke. Hast du mich gehört, gell? Ajo, hab ich mich gehört. Am blöd von. Nein, das schaffst du dann eh nach Volkhin zurückzufahren. Im Winterhudo magst du dann gerade eine Folge. Ich weiß gar nicht. Du weißt wie viele Folgen weg ist. Nein, da fahre ich noch. Heißt doch wo? Boah! So, glaube ich, Eva hat gerade gelb. Jetzt ist es rot gelb. Nein, das ist schon gut. Aber da vorne ist rot. Das sehe ich jetzt schon. Bremse, Momo! Tja. Ah, Mensch, was ist los? Ach, hab ich gehört, gell? Wieder die hässlich-weiße Gebäude da. Denkt dran ein bisschen MÜ und nicht nur Ü, das wäre jetzt ein bisschen kranker alles. Aber es ist lachend. So, jetzt sind wir schon das zweite Mal. Zack. Also für euch das zweite Mal in der Woche. Zack.